In unserer heutigen Ausgabe der Rubrik Tag aktuell vor zehn Jahren blicken wir zurück auf ein Ereignis, das man nur sehr selten erleben kann. Am Dom St. Marien wurde Glockenweihe gefeiert. Der 20. Mai 2004 war auch der passende Termin. Es war Christi Himmelfahrt. Und so hat Television Zwickau über dieses Ereignis damals berichtet. Zwickau hat seine Domglocken wieder. Am Himmelfahrtstag erlebten fast 2000 Menschen die Heimkehr der beiden Bronzeglocken mit. Nach einem Festgottesdienst vor der Marienkirche sind die Glocken mit der musikalischen Begleitung des Zwickauer Knappenchores auf den Kirchplatz gezogen worden. Tausende Hände griffen nach einem Geläut, was Glück bringen soll. Wenig später wurden beide Glocken auf den Kirchturm gehievt, wo sie ab Pfingsten wieder ertönen sollen. Nach 350 Jahren im Dienst waren die Schlagringe der Domglocken defekt. In Nördlingen wurden sie repariert und dürfen nun nach vier Jahren wieder läuten.